Hallo zusammen, heute sprechen wir über die überraschendsten und lustigsten Momente von Cristiano Ronaldo, die ihr nicht mehr vergessen werdet. 1. Neuling Ronaldo kokettiert bei der Arbeit Während er bei Real Madrid spielte, konnte Cristiano Ronaldo seinen Augen nicht von der schönen Stewardess der Organisation lassen. Sie arbeitete für Audi und hat den Spielern von Real Madrid Autos geschenkt. 2. Der kokette Ronaldo hat es wieder getan Dieses Mal konnte der Fußballstar seine Augen nicht von dieser schönen Frau lassen. 3. Auch die portugiesische Nationalmannschaft beteiligte sich an der Manekin-Challenge-Bewegung, die eine Zeit lang ihre Spuren hinterlässt. Es ist nicht verwunderlich, dass Ronaldo, der diesem Trend eine hohe Konzentration an den Tag legt, einer der führenden Namen ist. Wir würden bestimmt nicht daneben liegen, wenn wir sagen, dass die Akteure ihre Rollen in dem lustigen Prozess klar verteilt haben. 4. Im Jahr 2016 machte Cristiano Ronaldo, der weltberühmte Fußballspieler von Real Madrid, seinen Freunden einen Polizei-Bitz. Anschließend teilte er die aufgenommenen Momente in den sozialen Medien. Schauen wir uns diese lustigen Momente doch gemeinsam an. 5. Obwohl Ronaldo wie ein harter und ernster Mensch wirken wird, ist er eigentlich ein lustiger Mensch. Die Bilder vom Bus, die ihr jetzt sehen werdet, beweisen diesmal wieder. Der Star-Fußballspieler unterhielt seine Mannschaftskameraden mit einem Tanz im Mannschaftsbus. 6. Ronaldos Weg aus der Klubanlage wurde von weiblichen Fans blockiert. Der Fußballer, der mit ihnen fotografiert wurde, erlaubte der Frau später ihn zu küssen. 7. Im Mannschaftsbus legt sich Ronaldo mit den Kameraleuten an. Der portugiesische Star, der sein Gesicht mit einem Vorhang verdeckt, hatte ein paar angenehme Momente. 8. Die lustigen Momente, die Ronaldo mit den Fußballspielern im Tunnel hatte, wurden so mit der Kamera eingefangen. 9. Eine Zeit lang nahm Prominente an der Eisbacke-Challenge teil, um so für die Krankheit ALS aufmerksam zu machen. Marcelo schloss sich dieser Bewegung mithilfe seines engen Freundes Cristiano Ronaldo an. 10. Hier wäre Cristiano Ronaldo beinahe aus dem Mannschaftsbus gefallen. Der Star-Fußballer, der den Sturz im letzten Moment abwenden konnte, konnte den Kameras aber nicht entkommen. 11. Wir sind auf dem Weg zum Training der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Star-Fußballer unterhielt sowohl seine Mannschaftskameraden als auch die Fans mit seinem Tanz im Training. 10. Der Star-Fußballer unterhielt sowohl seine Mannschaftskameraden als auch die Fans mit seinem Tanz im Training. 12. Das Duo, das wir sonst auf dem Spielfeld zusammen sehen, stand sich dieses Mal im Ring gegenüber. Hier sind die lustigen Momente. Das war das Video für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm ein Like und teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut Freunde. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.